Moin Moin ihr Süße und Damen! Welcome back to the Baby in Yellow, Akt 3 vom Dark Whispers Update. Mal spannend hier was Herbert hier wieder für uns bereitgestellt hat. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Listen, I've just got home and your sitter has walked out. They were supposed to feed him. He needs to... What are you doing out of bed? You need to just now. Just send someone right away. Ah, okay. Ich bin jetzt jemand anderes. Über die Küsten fernen Ländern. Okay. Ah. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich das Katzenkapitel sein. Vielleicht auch mit Newt. Mal gucken. So, verändert sich hier wieder was? Es wird kalt und düster. Okay. Ähm, ja. Also, wir sind jetzt wer anders. Und wir sind wohl eine Firma. Ah. Oh, ich mag unsere tierischen Freude hier in diesem Spiel. Hähnchen, Hähnchen. Was ist das? Ach so! Wurde die Muddy jetzt weggeportet? Ich glaube, das war die Muddy. Die ist jetzt weg. Aber, ja. Wir können ihr eh nicht mehr helfen. Okay. Wir folgen jetzt dem schwarzen Kätzchen. Vielleicht war es hier ja das blaue Licht in der letzten Folge. Oh, wir werden gleich bezogen. Oh, halt. Oh, wir werden, oh, 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 oh. Oh. Ja, wo bin ich? Ja, diesen Katwalk hier, den kennen wir auch schon. Und gehen wir mal zu der Katze. Neugier. So schnell du kannst, folge mir durch das Portal. Er darf dich nicht sehen. Ah ja, genau. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir genau hier, wo all dieses Übelsein wir anfangen haben. Lass die Ringe drehen. Lass die Ringe drehen. Lass die Ringe drehen. Lass die Türe zu. Genau, hier haben wir das ja mit Nude. Genau. So. Jetzt noch ein bisschen Ruhe vorher, Bert, ey. Der ist so nervig und anstrengend. Das ist furchtbar. Irgendwie hat er keine Power, ne? Es ist zugeschweißt. Ah ja. Ich muss mich erst mal wieder erinnern. Soll ich jetzt drehen? Ah ja. Alles habe ich nämlich nicht mehr im Kopf. Es ist ja auch schon ein paar Monate her, seitdem ich das gespielt habe. Genau. Jetzt gehen wir hier runter. Komm mal hier irgendwie durch. Ne, ne? Ja. Die schwarze Katze. Ich passe da aber leider nicht durch. Ich bin zu fett. Mal wieder. Aber hier passe ich durch. Oh. Alles sehr einsturzgefährdet hier. Sehr mittel. Okay. Okay. Bin zu fett. Er ist gesperrt. Ich versuche hier mal so ein bisschen schneller hier durchzukommen. Ah ja. Genau. Neue Batterie einfügen. Mal gucken, wo wir Batteries finden. So, hier ist nichts mehr. Hier ist gesperrt. Hier ist gesperrt. Hier ist gesperrt. Ja. Ist auch gesperrt. What is here? Hier kamen wir her. Also die Batteries? Nein. Hier ist gesperrt. Hier haben wir eine. Fühlen gut. Hey, wie soll jetzt was fallen? Bist du doof? Nimm das mit. So. Zack. Herein da. So, genau. Sieht so süß aus. So, einmal hops. Ob wir jetzt auch gegen höchste Schneemänner kämpfen müssen? Ich weiß es nicht. So, genau. Hier musste man ihn wirklich anschließen. Genau. Und naja, es kommt auch hier wieder das mit den Skillchecks. Wird geladen. Jetzt. Dead by Daylight immer alle Skillchecks treffen, aber hier noch nie mal drei und dann allein kriegen hier. Ah, so eine Umarmung. Oh. Benötigt Tintenpatrone. Ah, guck an. Was war das? Hier. Ja. Oh, süß. So. Wir haben einen neuen Freund. Ich schieße mir das erst mal da hin. Genau. Genau. Etwas gehört hier hin. Gummientel. Noch mehr Bücher. Ja. Wir schauen uns erst mal um hier. Tür mit dem 4 drauf. Okay, hier haben wir diese Dinge hier. Wie war das nochmal? Ich muss erst mal ganz kurz überlegen. Hier haben wir die 3. Okay. Ja. Ja. Hier ist gesperrt. Der heilige Türstopper. So. Genau. Hier musste der ran. Dann musste ich Newt mitnehmen. Dann musste ich Newt da ran. Dann brauchte ich ja diese komischen Kapseln hier. Huch, wo bin ich? Da hin und das. Yay. Wo ist der hin? Naja. Ähm, ja. Wo war denn jetzt Newt? Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Ah, hier ist zu. Okay, dann muss ich das schon mal nicht hin. Ach, hier. Wo ist zu? Der braucht einen Schraubenschlüssel. Bitteschön. Bitteschön. Was brauchst du noch? Okay. Äh, wo war das? Äh, wo war das? Ist das? Nee, es ist es nicht. Hier. Ha. Wir verstehen uns. Ja, trink erst mal einen Schluck. Das warst du noch. Das ist ja der Hammer. So. Bitteschön. Ja, sieh mal eine an. Was haben wir denn da? So. Das ist ja alles noch beim Alten. Hier gibt es noch nicht so viel Neues. Außer am Anfang. Ah, das hebert schon wieder. Ich mag den nicht. Der ist so doof. Das Labor. In einem Geheimgarten fern von neugierigen Blicken. Ein Asyl in Kakosa. Vom Waisen beschützt. Ah. Ja, gucken wir doch mal. Da ist schon wieder ein Bild von Herbert, ey. Das gibt es doch nicht. So. So. Hierfür brauchen wir ein Key. Ja, das war ja diese große Mix-Dingens hier. Genau. Der. Ah. Gut, hilf mir mal hier. Was soll ich hier machen? Mach das Teil da weg. Die böse Blume. Jetzt können wir blau herstellen. So. Oh, ein Fläschchen. Genau. Das. Das. Wir werden noch zum Eichemisten hier. So. Oh nein, wir haben Herbert gerufen. Oh nein, wir haben hier einen Schluck. Hier. So, gib hier hier. Ja, hier den Schlüssel. So. Wo war jetzt da? Wir müssen in die Küche. So, bis jetzt ist hier alles noch irgendwie gleich geblieben. Genau. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen durchzuraschen. Um hier halt, ja. Weil das kennen wir alle schon. Deswegen höre ich jetzt auch nicht die Audio-Locks an. Irgendwas kann ich da reintun. So. So, Schlüssel habe ich entnommen. Ich bin. I know. So. So, einer mit hier. Ich hält das noch. Ja! So. Aber das auch. Finde einen Weg hoch. Finde einen Weg hoch. Okay. Hier ist soweit nichts neues. Okay, hier kommt man nicht hin. Da oben ist was. Ja, das kennen wir auch. Dieses Symbol kennen wir doch irgendwoher. Ne, es war gar nicht dieses Symbol. Egal. Jut, wo bist du? Jut. Hanna. Ja. Ach so. Nein, ich wollte ihn durchnehmen. Ah, okay. Okay. Dann klettern wir mal nach oben. Ich bin. Finde den Türcode. Warte. Dieses Symbol? Ah. Ich hab ein bisschen gebraucht, aber wir haben es wieder. Ja. Ja. So, jetzt wieder so ein Audio-Log. Guck. Was, der ist von einer Leiter gefallen? Okay. Die schwarze Kasse. Okay. Ach ja. Da müssen wir gleich wieder das Fotoshooting machen mit Herbert. Ich erinnere mich. Lass mich runter. Ah. Ja, jetzt bin ich auch von der Leiter gefallen. Okay. So. Ich brauche noch nicht einen Scheiß-Film, genau. Ach ja. Ah. So. Karten-Film nehmen. Ah. Sind da schon ein paar Bilder drin. Zack. So. Zack. Mal schieß. Schieß. So. So. Das hier muss ich fotografieren. Ist auch viel schöneres Motiv als dieses blöde Baby hier. So. Rein da. Rein damit. Bis jetzt ist hier nichts Neues. Ja. Ist da jetzt der Hebel. Für den neuen Staff hier sehen. So. Wo ist der Nude jetzt hin? Wo ist der Nude jetzt hin? Ah. Ah. Alles klärchen. I need the film. I have a film. So. Hier ist das Fotoshooting. Ich sollte ja eigentlich auf ein Baby aufpassen und nicht hier ein Fotoshooting machen. Aber okay. Ich krieg dafür einen Haufen Kohle. Deswegen mach ich das jetzt hier. Rein damit. So. Rein. Ja. Aber es ist jetzt nicht so viel Neues. Jut. Hier haben wir jetzt eine pinke Pflanze. Na ja. Soll ich mit Deo einstrühen. Jut. Wo warst du eigentlich gerade die ganze Zeit? Ah ne. Eine grüne. So. Wo kam ich her? Wo muss ich hin? So. Zack. So. Warte mal. Grün plus Rot macht schwer. Das rein. Das rein. Und mixen. Ah. Ich muss warten. Ich bin so ungeduldig. Ja. Da gießt ihr die Blümchen. Och wie süß. So. Grün und Rot. So. Jetzt bekommt er ein blaues Gemisch. Und dann müssen wir den ja irgendwie da hinten hinkriegen. Ne. Genau. So. 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 Ah, ich muss in der Hand halten, okay Jetzt lauf, meine Fressa, ich werde nicht mehr stehen Ah, die Schneemänner sind weg, okay Erinnerung an die Gefallenen Die Suche des Gelbsuchthofs Ewige Wache, Jellos Fluch Ach, Gelbsucht Ah, okay Der Spin Yellow Baby So, gut, erledige das mal für mich Wo ist er denn? Herr Bert Herr Bert, lass den Scheiß Herr Bert Kann ich ja mal auf ihn schießen Oh, der zielt sogar automatisch auf ihn Ich habe ihn gestoppt Ah, der war zu weit Shit Moment, Moment Leute, ich krieg das hin Ich krieg das hin jetzt hier Weg hier, Scheiß Baby Du kommst jetzt mit hier, du Stück Reiner Und weg mit dir, Herr Bert Und weg mit dir, Herr Bert Und weg mit dir, Herr Bert So 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 So, und gut Dann mach das mal hier Ich beschütze dich Das sieht so geil aus Das ist jetzt wieder so dieser Part, der nicht so horrorig ist Ne Vieles hier kennen wir ja auch schon Habe ich das jetzt mitgenommen? Nimm's doch Vieles hiervon kennen wir ja auch schon Dann bringen wir mal die Kugel zurück Herr Bert Ich schwör, es klappt gleich Es war kein Beinfall Hör auf mit dem Scheiß Toll, jetzt sieht's nicht mehr so schön aus Wegen dir, Herr Bert Welten kollidieren Furchtbar ist die Neugierde, die wir weggesperrt haben Hinter der Tür im nebligen Carcosa Ja, ja Okay Jetzt wird's ja richtig düster Okay So Ah, hier ist der Doktor, ja So, wo ist denn die Kugel jetzt hin? Oh, hier hat schon wieder alles schief Lage Da ist die Kugel So Den Trank brauen Oh, jetzt ist da auch noch Zeug davor Ich krieg nen Anfall Jetzt laden wir doch mal da hin Was muss ich denn brauen? Pink und? Machen wir mal pink und grün Wir probieren mal Ich weiß gar nicht, was ich machen muss Ich weiß gar nicht, was ich machen muss Ich weiß gar nicht, was ich machen muss Moment So, ah, ich weiß, was wir machen müssen Moment Moment Wir müssen Herr Bert zum Brennen bringen Damit der Feuer und Flamme ist Leider wollte ich nicht mehr unterwegs tun Deswegen müssen wir jetzt ausprobieren Na, Nude? Wir kriegen das schon in Machsteller hier Ja, dann keine Zeit So Habe ich den richtigen Trank? Ich glaube ich habe den richtigen Trank Ja Ab Ein kleines Stück Ja Das Baby ist so ein fein Hör Alles schnieder Jetzt guidelines Ja Ja Hebert, jetzt guck mir nicht wieder so an, es geht die Scheiße schon wieder los. Heerbert! Wer soll ich mir den Scheiß-Schmuller holen, ey? Ohhhh. Hab ich schon gesagt, dass ich dieses Baby hasse wie die Pest. Ja, die kann. So, ist der Scheiß-Schmuller da, ist der Scheiß-Schmuller. Heerbert! Kommen wir jetzt hier. So ein Aufriss für so einen Scheiß-Schmuller, ne? Hier. Dann nehme ich halt diese Tür, ist mir doch egal. Ich will hier hin, so. Ha, so rum. Ist immer der letzte Versuch. Baby! Heerbert! Lass das! Ja, jetzt muss ich wieder nach unten. Wir müssen die Teile gleich zusammensuchen. Ja, ja. Hier, hier beginnt gleich das Finale. Ja, da braucht das auch alles. Ja, lass die Ringe drehen. Ich dreh auch gleich. Und zwar am Sende. Ja, hier wieder runter. So, wo ist der Scheiß-Kern da? So, wo ist der Scheiß-Schmuller? Ja, ja. Ich will hier weiter machen. Ja, wie soll ich denn hier durch? Hier soll ich hin. Da soll ich hin. Okay. Dann seh ich hier diesen Scheiß-Türstück. Türstütz. So, der ist halt doch eben aufgeladen. Wo muss ich hin? Dicke, ich seh nix. Es ist so dunkel. Es ist mitten am Tag. Ich seh nix auf meinem Scheiß-Bildschirm. So, ja. Was ist das? Ja, sehr schön. Beautiful interessiert keinen. Ja, Audio-Lock interessiert auch keinen. So, hier wieder raus. So, hier wieder runter. Geh! Meine Fresse. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ja. Aha. Hm. Passiert hier noch irgendwas Neues? Oder wie sieht das aus? Weil das kennen wir ja alles hier schon. Ist das jetzt nix Neues hier? So, wo war die andere Hälfte? Ja, das kennen wir schon. Ja. Ich hab doch schon gespielt. Aber wie klappt das heute nicht? So, wir sind da hinten. Dort hinten. So. Ja, sehr schön. So, jetzt geht's hier nach oben. Das Teil. So. Das Teil. So. Da vorne hin? Oder? Oder wie war das? Oder da oben? Ich bin so lahmartig. Ich bin so lahmartig. So, das kennen wir auch schon alles. Ja, halt ihn mal auf. Ja, der hat grad schon... Weiß nicht. Probleme. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. So, und jetzt? Genau. Zehn Jahre später. Achso, ich kann jetzt hier hin, genau. Kann da teilnehmen, genau. Und muss da jetzt hin. Was steht da? Welttür. Nicht öffnen, lasst Tür zu. Nicht öffnen, nicht öffnen. Hör da scheiß drauf. Sowas kennen wir aber alle schon. Passiert hier noch irgendwas Neues, irgendwas Krasses, irgendwas Spannendes? Ja. 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 Aber ich seh doch nicht Wollen wir auf den Typen aufpacken, Alter Nicht diese Zeit Plötzlich bin ich hier gelandet Achso, das war's jetzt Okay Alles klar, ja, meine Damen und Herren, das war Das dritte Der dritte Akt, Akt 3 Da ist jetzt nicht so viel Neues passiert, außer der Anfang Vielleicht werde ich die Folge für den dritten Akt ein bisschen zusammenschneiden Weil das jetzt nicht so viel Neues passiert, außer der Anfang halt, die Cutscene Und dass die Mutti verschwunden ist, aber ansonsten ist ja alles gleich geblieben Auf jeden Fall, ja, neue Jagdszenen gab es Ne, dann halt die Anfangsszene Das mit dem Hasen Letzte Folge war voll süß Dass es uns den Weg gezeigt hat Ja, das war alles das, was so Neues gibt in diesem Spiel Zumindest in Akt 1 und Akt 2 Gab es viel Neues Besonders in Akt 2 In Akt 3 leider nicht so viel Aber, ja Ich bin gespannt, was da noch so alles auf uns zukommen wird Ob sich die Story eigentlich mal, äh, erklärt Warum Herbert so ist, wie er ist Was das Ganze gedöhnt soll Ja, meine Freunde, ich hoffe euch hat es gefallen Ich hoffe es war trotzdem halbfix unterhaltsam Obwohl wir das ja alles schon kannten Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wenn wir mal wieder auf den kleinen Herbert aufpassen müssen Also bis dann Ciao mit V